Der Mann verdient normalerweise 75.000 Euro für den ganzen Tag und er sagt, ja, okay, interviewen eine Stunde, online machen wir. Letztes Jahr habe ich angefangen, damit so Interviews zu machen, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört oder mal gesehen. Und mein größtes Highlight, was ich hatte, war letztes Jahr, das fange ich anders an, das erste Video, was ich hatte, mir ging der Arsch auf Grundeis, weil ich hatte Damien Cooper angeschrieben. Ich stand vor dem PC und habe gesagt, ach, der sagt eh nein, der macht ja eh nicht, warum, der kennt mich nicht, ich bin total unbekannt, kennt mich keine Sau. Und dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, ich habe Schweißbären, schreibe es dann an, er sagt, ja, klar, machen wir. Okay, wenn ihr das Video seht oder den Podcast, ich bin so nervös, ich bin total am Zittern, ich bin total aufgeregt. Und das war immer mehr und immer mehr, es kamen dann immer, die ganzen Kollegen, die heute da sind, mit denen hatte ich alles schon Interviews und das war mega cool und dadurch ist das auch entstanden. Mein persönliches Highlight, darauf wollte ich hinaus, war dieses Jahr mit Dirk Kreuter, letztes Jahr mit Dirk Kreuter. Der Mann verdient normalerweise 75.000 Euro für den ganzen Tag und er sagt, ja, okay, Interview eine Stunde, online machen wir. Ich war, der Mann saß in, keine Ahnung, in den Palmen und ich habe mit ihm online da was gemacht. Und dann hat er mir, habe ich ihn gefragt, wie er das Thema Video sieht und wie er das Thema in der Zukunft für Videomacher sieht. Genau diese One-Man-Group, die ihr jetzt quasi machen wollt, für andere Unternehmen Videos produzieren zum Beispiel. Der hat einen Satz gesagt, goldene Zeiten. Sven, goldene Zeiten, weil, du weißt es noch aus dem Kopf, ja? Oder rosigste, ich habe goldene im Kopf, Entschuldigung, ich bin auch nervös und ich wollte nur darauf hinaus, jeder kann heute mit dem Smartphone Videos machen. Jeder kann heute sich hinstellen und sagen, ich kann Videos machen. Die Leute suchen aber nicht Menschen mit dem Handy, sondern die suchen professionellen Content. Und wenn du professionell bist, kannst du andere Preise nehmen, du kannst davon leben, du kannst wachsen, du kannst ein Unternehmen bauen. Und das ist kein Scheiß, das funktioniert wirklich. Und deswegen, ich möchte euch damit einfach motivieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Mir geht es so, wenn ich ein Video schneide, gebe das ab, mir geht immer noch die Düse und warte auf das Feedback von meinen Brautpaaren. Was ich damit sagen wollte, glaubt an euch, macht euer Ding, zeigt den Leuten, was ihr könnt, was euch Spaß macht und macht dann eine Berufung draus. Und dann werdet ihr, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Spaß an eurem Job haben. Es wird keine Arbeit mehr sein, es wird euch Spaß machen, ihr werdet nach Hause gehen und ihr werdet am Wochenende sogar Überstunden machen, weil ihr da voll Bock drauf habt. Und das wünsche ich euch wirklich von Herzen. Bis zum nächsten Mal.